Musik Hey Leute und willkommen zum vierten Türchen des Adventskalenders mit mir, Tobi und Flori heute mal wieder. Und ja, hinter diesem vierten Türchen verbirgt sich timolianische Spiele, die timolianisch sind. Überraschung auf dem Timolian-Server. Diese Spiele sind übrigens sehr timolianisch. Und ich wollte gestern eigentlich schon in der Folge sagen, konnte ich aber irgendwie nicht, dass ich mit dem Sparks Weihnachts-Toucher-Pack spiele. Was ziemlich cool ist, weil ich glaube jetzt ist bald Weihnachten oder Ostern oder so. Du hast was Wichtiges vergessen. Und Tobi hat einen hässlichen neuen Skin. Und ähm, ja. Sagt mal, was ihr davon haltet, bitte. Ob ihr den gut findet. Also Zuschauer. Schreibt mal alle Scheiße. Scheiße, alle Scheiße. Der ist übrigens auch komplett selbst erschreckt. Leute, wenn ihr mich übrigens mögt, dann schreibt ihr alle mal Scheiße in die Kommentare. Nein, ich hab ihn aus die Mitte nicht geklaut. Wenn ihr alle mal mich mögt, dann schreibt ihr bitte alle Scheiße in die Kommentare. Und wenn ihr nochmal mit mir zocken wollt. Dann zocke ich nicht mehr mit euch. Mit keinem. Ah, dafür dürfte er dann immer mit mir zocken, wenn ihr wollt. Dann könnte ich mich jetzt... Ja, das Problem ist, dass dich keiner mag, Tobi. Ja. Ja, das liegt eventuell auch daran, weil meine Stimme übelst leise ist. Ja, das weiß einfach keiner, dass du überhaupt existierst. Das ist aber wirklich so, weißt du. Guck mal, wir machen so zu dritt das erste Mal für das Video. Ja, aber... Schreibt da einer drunter. Recht, äh, richtig gutes Video, Torben. Ja, ich hab das Video auch gemacht zu sparten. Ja, wow, dafür mach ich die nächsten nach dann. Ja. Also die. Schön, super. Ja, trotzdem war ich da auch bei. Ja und? Ja, und? Nein, ich nimm das doch auf. Immer der kriegt Lob, der das aufnimmt. Tobi, du bist echt ein Spacko. Okay. Du bist wirklich ein Spacko. Ich geb's jetzt öffentlich zu. Okay. Das war heftig für dich, ne? Ja. Mann, ich würd ja gern hier so ein Trailer... Hab ich dir schon gegeben, du? Flori. Äh, geht... Doch, geht dran. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ich hab ein Ding gefunden. Oh, what fun did it do right on a one, no joke and shay. Fuck. Ich hab ein Eisen-Shirt. Ich kann mir eins machen. Soll ich mir mal ein Cold-Block... The last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. The last Christmas, I gave you my heart. The very next day... The last Christmas, I gave you my heart. Day's year. Yeah, 15 December, You gave it away. The last Christmas, I gave you my heart. Ja, sorry. Wollte ich nicht unterbrechen. Ja, wir können ne Band grün. Ja, au! Und dann verkaufen wir. Wie nennen wir die? Wir nennen die... Kops-ups. Nein, definitiv nicht. Hallo, hallo. das sieht bei mir so aus wie zuckerstangen cool richtig cool hast du erwähnt welches texture pack das ist ja ne habe ich nicht gesagt tobi gut dass du mich dran erinnerst da oben stehen ganz viele geschenke das alter leute er rät sich einfach schon auf einen hurensohn ist nur noch ein leben hatte ja sie ist das meint flotöten kannst du mich mal sehen als stalker hier bin schon ziemlich stark ich habe gegen einen mit gold schwert gekämpft er hat freut mich für den mit goldschwert tot also entweder hat es bei mir übelst oder er hatte einfach hexen kann auch sein sollte ich euch oder sagen es macht 0,5 attack damage weniger und jetzt gratulation hier ist ein leuchtfeuer ich habe fünf diamanten herrlich als obflug alter weißt du überhaupt irgendwas nein immer nur einzeln richtig ja aber du könntest ja ein hier sind ganz viele geschenke ich brauche ganz viele geschenke gerade darf ich die euch schenken und noch ein geschenk in ein pack kürbisse ja und melonen aber das sind jetzt in dem fall kürbisse und was sagen der blick warst du aber ganz schön schlecht die junge ich war richtig behindert ich habe mich die ganze zeit darüber aufgeregt ich war richtig dumm so bin ich normalerweise nicht da da war ich richtig das zum ersten mal gespielt ja nein habe ich mal den jump und allgemein hast du das gesehen so schlecht ist kein mensch auf der erde normalerweise ja super aber ich war die inkompetenz in person ich war richtig hektisch erstmal und dann auch noch richtig schlecht das muss ich leider auch so sagen vor der öffentlichkeit weil es stimmt okay ich fühle mich immer leute wer will weihnachtslied anstimmen ok dann bin ich jetzt weg ok gut keiner wer will ein weihnachtslied anstimmen ein weihnacht ja noch 20 Tage das heiligabend Leute machen wir ein bisschen Stimmung hier ging ja noch 20 Tage jingelpelz 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 also Flo nehmen wir definitiv nicht auf nein definitiv nicht oh ich hab'n Dier ich brauche nur noch einen dann kann ich verzaubern nein es ist keine Regeneration mehr auch die war nur vom Goldöpfel dann hätte ich die auch hinterher ankommen ich brauche nur noch ein Dier dann kann ich verzaubern Flo ist das nicht okay die in den Raus für seine Worte aber blau ist aber auch wenn du lachst aber wir haben mehr aber ich habe zu kommen er hat einfach alles in der Tier train tränke alle machen hier habe ich ja erläutert gerade fünf Goldöpfel gefressen was geht denn mit dem Applaus Applaus für deine Worte kaum noch essen Applaus Applaus wenn du so lachst du geht das doch oder ja 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 und ich möchte nicht sterben aber ich werde sterben wie weil der fast 2000 Gold ist ja kein Weihnachtsslied ehm Homan Weihnacht zu Haus Flo macht doch mal jetzt abonniert uns damit ihr nichts mehr verfolgt Homan schönes Weihnachten wir uns ja auch sehen wir mit Christmast Ne das hatten wir schon ne wir brauchen ein anderes leider stopp anderes ok ähm I'm driving home for Christmas Nein Jaaa Warte dich doch Ich Alter Nein Ich hab voll geleckt Ich hab voll geleckt Dieses Crack Twitch Streaming ne wie ich das hasse Was ist passiert Ja das hat sich einfach geöffnet Also ihr schreit alle rum und ich gehe mit Schild durch meine Welt Oh du bist auch gestopptet worden Ja das sind weihnachtliche Worte hier auf jeden Fall Ey nur wegen diesem Crack Twitch Streaming ne ohne mich Bei mir hat's voll geleckt wahrscheinlich weil du das gehört hast Scheißaufnahme ich hasse alle Fickgesicht Tuchensohn Scheißaufnahme Tobi du machst mir grade so viel Arbeit Musst du alles rausspiepen ne Ja Das aber nicht vergessen du Arschloch Jetzt hör auf bitte Diese Wechser hier Tobi ich piep das nicht raus wenn du weitermachst Wieso musst du das denn rausspiepen Torm ey Weil das sonst nicht jugendfrei ist doch Ey Leute das war übrigens nur Spaß ne ich hab mich nicht wirklich so aufgeregt Ich hab das gerne gemacht hab wegen diesem scheißverficken Jetzt hör mal auf Ja ne immer diese Pipser die sind so scheiße Ja ok ich piep's nicht mehr raus Ich werd's eh vergessen alles rauszupiepen aber gut Nein Tobi das musst du machen sonst muss ich die Folge leider löschen Tja dann lösche ich dein Leben Oh Mann Alter dieses Fickgesicht dieses Rufi kraft ne Tobi Das ist wegzuhlen Ihr wisst dass ich das nicht mehr rauspiepe oder Soll das wegzuhlen Soll das wegzuhlen Ne ich piep das nicht mehr raus Soll das wegzuhlen Sonst lösche ich die Folge Ab dem seitdem Ab dem seitdem wie auch immer Ich das erste mal gesagt hab ich piep das nicht mehr raus Piep ich das nicht mehr raus Nein schwul scheiße hier Scheiße hier Ich mach dir jetzt die Aufnahme kaputt Da war das einfach alles äh Ja Cutte das einfach Provokation würd ich mal sagen Nein ok Torben Cutten kann ich ja leider auch nicht weil bei mir sehr wichtige Dinge in der Zeit passiert sind Was denn? Ich bin von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer gelaufen Ok Ja kann man nicht cutten Das ist so schönes im Inventar Ja ja ein paar Sachen im Inventar du Was? Vor allem voll für du nid Oh lol man kann das in den Drill Nein Leute aber ganz im Ernst Das war jetzt wirklich nicht ernst gemeint Auch wieder am Ende ist wieder 2000 Leute Ok Tobi ähm Ich glaube ich Du hast 50 fucking Pfeile einfach Ich war jetzt um den Bogen guck mal Ok Torben möchtest du eben sterben Ne was ich möchte ist Kann ich das aus einem Pfeuer Leul ich kann Ich hab dein Pfeuer Nein hast du nicht Deine gelben Blumen Hab ich eben auch schon bei Tobi ausprobiert Aber ging leider nicht Nein ich hab deine gelben Blumen ausprobiert Ja dann herzlichen Glückwunsch Flo So dann kannst du jetzt einen schönen Blumenstrauß machen Alter mach dir doch ne Eisenhose alter Freu nicht Ne brau nicht Ne brau nicht Ne Eisenbrustplatte wär eher was für mich Fuck Ah Chris man Oh da hat einer Da ist sie die Eisenbrustplatte Flo Hey Torben wie viele Kills hast du? In der Runde 0 Alter schlecht ich hab mehr Kills gemacht Was bedeutet dann als 7? Alter da hat einer 2 Kills Ja als ob ich jetzt 7 Kills gemacht Da hätte ich die Runde gewonnen Einer hat 13 Alter erster Der ist wahrscheinlich farm Alter da hat einer Komplettere Eisbrust Hey Torben warte dich mal mit zu spielern Ja ok mach ich Oh da gibts ein Battle Aber ich bräuchte ein Deer Oh da wird ein AFK-Lage kill der jetzt wegrennen muss Und shot Dieser scheiß Rofi-Craft Ja ich hab ihn hier Alter Tobi ich bin so OP dass ich mich jetzt nicht geportet hab Guck mal die Spur der Die Spur der Er war wie der hatte wirklich 5 Gold für dieser Rofi-Craft Lol der eine steckt echt in der Erde Und drade home for Christmas Yeah Lassel Der Torbzegermotar Weißt du wenn man sich einen Zaubertisch macht dann sollte man auch ein Level haben Man jetzt porte dich einfach Ich will mein Diaschwer verzaubern Tobi Du kannst mir hier gar nichts Tobi Du kannst mir hier gar nichts Nein porte dich bitte zu Fettsack 38 Ja zu dir also Nein Fettsack 38 Ohne Mistel wie kann man sich so nennen Ja wie kann man sich E32Q4DLA nennen Ja hallo der hat nur auf die Tastatur gehauen Ja und trotzdem Ja wie kann man sich Torben bisschen besparen Du kannst ja eigentlich mal einen neuen Minecraft Account kaufen ey Von dem was wir verdienen Man kann ihn umbenennen Mittlerweile Ne geht nicht Also wollten die mal einführen aber ging nicht Natürlich geht das Nein Doch das geht Nein Überlich ob ich meine auch einer Du kannst ja nicht umbenennen Doch Nein Ich will das doch Ja in was äh wie denn Du gehst auf Minecraft.net Nein das geht nicht Und kaufst dir einen neuen Account Ja richtig Ja richtig Minecraft.net Dann gehst du auf Profile Ja Gibst dein Username an Ja weiter Ja warte ich musste es eben machen Richtig das wäre klug Moment lacht er eben So und jetzt kannst du Ja Ähm Da to change all settings go to your Mojong Account settings page Ja aber da kann man leider keinen Benutzernamen ändern So und dann kannst du Have an old Minecraft premium Premium Account If you have an old You can migrate it into a Mojong Scheiße Oh geht doch nicht Oh geht doch nicht Ne Nein Passiert halt manchmal im Leben Dass man eine Was ist dieses Scrolls Heftige Nieder Das ist ein Spiel Möchtest du spielen? Hey Torben Ich werde meinen Namen ganz bestimmt ändern Weil der eine Geschichte für mich hat Flo du änderst den Wie man auf die Tassen rein Tobi die Spur ist verschont Hey Torben Wir haben nur 1066 Wie 1066 Haa Loop muss dreier Team machen Und übrigens kauft die Soundqually Und ist ein guter Part Hä? Ja ne da Bei dem Kommentar dachte ich auch nur Ey Wie 1066 1066 Abonnenten oder was? Ja Achso Hey jetzt mal ohne Mist Wie kann man so ein nettes Kommentar verfassen Ja da dachte Da hatte ich heute auch gelesen Da dachte ich nur so Tja was der jetzt will Soll das jetzt ein schlechter Part oder ein guter Part sein? Ja das ist genau wie uns mal irgendwann Also Noob Tobi das ist Das ist genau wie uns so ein Lehrer mal gesagt hat Ne? Wir loben immer die Wer war halt nochmal? Der Scherp glaube ich Oh Oh Gott Loll Ich hab nichts um den abzubauen Schlecht Ich denke mir dann einfach mal Yolo ne Flo Oder? Ne Ich will den eigentlich wieder haben Ich mach mir eben ne Spitzhacke Reicht ja ne Steinspitzhacke gell Gell? Hör auf mit dem Gell bitte Das ist nicht weiter Ich mach dir ne verfickte Eisenhose alter Also ne Ich hab mir ne Brustplatte gemacht du Spaß hast es nicht gecheckt oder was Du hast aber 7 Eisen im Inventar Oh Dankeschön Wieso kommen denn hier so verfickte Zombies von über Milliarden Kilometern Entfernung her Ist doch gut dann kann ich noch mal Level fahren Warum reg ich mich so aus? Guck mal Flo ich hab mir ne Goldspitzhacke gemacht weil die farm die mind schneller als Diamant Oh So Damit Geht das jetzt rucki zucki Ok Leute Ja bei dessen Kann ich hier MSG am Torben schreiben? MSG Ich möchte einmal den Kommentar zeigen Ist ja wohl der geilste Kommentar den ich hier hatte Ok Oh Das geht Ich sende den genauso wie der geschrieben wurde Ja dann mach doch du Spaß ey Guck mal Flo ich kann jetzt direkt nochmal verzaubern Wolltest du euch ihn verzaubern Bogen oder Ja Bogen Ah perfekt Stärke Vor allen Dingen erstmal ein paar Rechtschreibfehler Aber egal Leute Ja doch Ich find das lustig Sorry Kumpel aber Das ist ja wohl der lächerlichste Kommentar den man je hat Torben der Rest kommt noch Haha Nu muss 3R Team machen und übrigens kauft Kauft dir SoundQuali Ja ich kauf mir SoundQuali versprochen mach ich Haha Nu Oh ne ohne das Haha Nu Guter Part Ja vielleicht Guter Part Vielleicht wollte er einfach Ja vielleicht wollte er einfach trollen und hat dann Aber meint ihn wirklich das ein guter Part ist Wo ist der Baby Zombie Achter Wo ist der Baby Zombie Achter Ich versteh das jetzt gerade nicht Ja hab ich auch nicht Woll der gibt einfach ein ganzes Level wie geil ist das Und ich eh Enchante mich hier gerade komplett Vor allen Dingen wenn Wenn man schon Kritik äußert Warum gibt man da nicht einfach einen Daumen runter Nein man Oder zumindest begründete Kritik ja Also wir freuen uns über alles Ja deswegen Wir freuen uns über Kritik ebenso Ja deswegen guck mal er hat ja extra in die Kommentare geschrieben Natürlich freuen wir uns mehr über Lob Aber wenn ihr wirklich Kritik an unseren Videos habt dann äußert die bitte Weil nur so können wir was verbessern Also Ja und dann könnt ihr auch gerne einen Daumen runter geben Ja Ist dann scheißegal solange ihr gute Kritik habt Und aber bitte nicht einfach so Daumen runter geben Sondern dann in die Kommentare schreiben warum Ich finde hier aber immer noch am besten die Typen die sich einfach jedes Video von einem Youtube Channel anschauen Und da kassiert er Und da kassiert er Oh Gott da ist ein Creeper Der hat ihm nochmal Nein Nein Jetzt kriegt's Alter Boah Ja du hast mal einen Töter gespielt hat Tobi ich hab Ich war so behindert ne Ich hatte nur noch ein Herz Weil ich Ich hatte den am Anfang easy Ach der hatte auch ein Scherbe spiel interessant Ähm Aber dann habe ich richtig Ja bei dir hatte der auch keine 50 Goldäpfel Also so ein Doch der hatte immer noch 3 Goldäpfel Das kann nicht wahr sein ey Jetzt habe ich nochmal genau das Equip Was ich mir gerade verzaubert Das habe ich jetzt doppelt geilo Eine Sache soll ich mal wieder an unseren Namen ändern Welchen Namen? Ja auch unseren kleinen Namen Hä warum? Warum? Lass sie noch 10 Jahre drin bitte Hm Na haben wir Ne ok aber bis 10 Jahren eine Million Abonnenten 1000 Abonnenten Danke Bis Bis 1000 Abonnenten bitte Äh bis 1100 Abonnenten lass sie noch drin Ne ne Doch bitte Geil Ich dachte mir jetzt komm Wenn du schon mal so ne scheiß chestplate doppelt hast Dann verzauberst du die und kriegst da jetzt Schutz drauf Ne Jetzt habe ich einmal Schusssicher und einmal Explosionsschutz Schusssicher ist doch gut Ne ich will lieber Schutz Ja aber Schusssicher ist auch nicht schlecht Ja ich weiß Besser als Explosionsschutz Aber ich dachte mir Komm verzauberst du so nochmal Und kurz rum Wie macht man diese Herzchen Sag mal jetzt eben schnell Ja da gibt es so eine Seite die nennt sich Copy and Paste Charakter Danke Bitte So einfach ist ja Tobi Copy and paste Ach Fettsack und ich stehen im Finale Tobi Das sind ja ey Traumteam Die Namen ähneln sich Hm Man das ist schön Flo der erinnert mich sehr 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 stark an dich So und wie mach ich das jetzt? Ja das ist die gute Frage ja Tobi Der Name Ja sag doch mal eben schnell die Frage Da muss jetzt Da muss jetzt STRG und C drücken Und wenn er wieder einfühlig ist Dann muss ich STRG und V drücken Ja aber wie Ja dann gibt es noch so ne Funktion die nennt sich markieren Da ziehst du dann mit deiner Maus Ähm ja Ich glaub er meint wie man den Channel Namen ändert oder? Nein Deshalb Nein Natürlich nicht Flo Ah mit und Haas Wie mit und Haas? Bist du jetzt völlig geistig gestört? Ich kann das nicht kopieren Ja Tobi STRG und C Nee Ja aber ich will ja nicht die ganze Zeit kopieren Nee dann ziehst du mit deiner Maus über diesen Ding was du kopieren willst Reicht Ja Und dann wirds Geld markiert Genau und dann kopierst du den in der Zeit Wenns Geld markiert ist Tobi du bist so ein Spacken Ach So So Flo Da er hier ja sowieso 3 Gold Äpfel hatte werde ich mir jetzt Ah ne werde ich noch nicht Man wird ja nicht direkt hin Wir haben 5 Follower auf Google Plus Oh mein Gott Scheiße Da kannst du dich langsam zu importen Hä bin doch grad dabei Das dauert nur leider ewig Danke So ich hoffe der Name ist jetzt geändert Boah diese Spur die Oh der hat auch dahinten vor nem Zombie Da hinten ist ja Aber der hat keine schlechte Rüstung hat alles Guck dir meine an Flo Ach du folgst dem auch Ich bin grad direkt hinter dem Ja ich seh's Ich seh's Ich seh's Ach schieße noch Oh na oder so Alter wird zwar das denn Oh eine Rufi-Kraft hat einfach mal 7 Kills War ein spannender Endkampf jetzt Na 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 Komm hier gönne ich mir noch mal ein bisschen Na geht gar nicht mehr Okay Ja gute Leute Also Da denke ich eh nicht dran Soll ich schon meist mal eben ein Goldterm weg Damit man meine hübsche Weihnachtsmüche sieht Na So Ja Leute Dann würde ich sagen Ähm Ähm Jetzt wurde ich einfach rausgepoldert War nicht nett Aber egal Ja komm Sind alle vereint Kabel Wir gehen jede Mitte Wir sind wunderschöne Weihnachtsterterm bei mir Kommt Und jetzt werfen wir Wenn du äh tschüss sagst Werfen wir alle die Enderperlen in die Luft Nein eigentlich nicht in die Luft Also irgendwas cooles Ey komm mal Tom Komm mal mit Ich würde sagen Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit noch Eine wunderschöne Adventszeit Ähm bald ist ja auch schon der zweite Advent Da könnt ihr noch eine zweite Kerze anzünden Und ähm Hä ich hab mir der 5 geworfen Ja mit der 5 wo man mein Gesicht sieht Also äh Oh Ihr könnt mir gar nichts Leute wo bin ich Scheiße Ich bin in so einem Obsidian Turm Und ich wacke da drin rum Nein das ist kein Folgen an Ich will hier weg Leute Ich hab mich aus der Map Oh Wo bin ich Out of the Map Hat er geschrieben Okay cool So egal ich mach jetzt folgenschluss ne Ja Also ich stell mich hier auf diesen Eistower Schöne Weihnachtszeit liebe Leute Ach so Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video von unserem Adventskalen Also wenn ihr wissen wollt Wir hoffen ihr habt den Spaß beim Anschauen dieses Videos Also Leute Ich wünsche euch eine schöne Achso stop stop Zum Schluss Zum Schluss Ja Tobi komm sei mal kurz ruhig Zum Schluss noch Kleine Gedankenschütze Schreibt nochmal in die Kommentare Dass Tobi's ganz scheiße ist Achso ja genau Und ähm Ja dann wünsche ich euch eine schöne Adventszeit weiterhin Und ich hoffe ihr schaltet auch bei unseren Abendvideos ein Und abonniert uns damit ihr nichts mehr verpasst Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Also genau morgen Und dann haut da rein Und tschüss Tschüss Tschüss